Und damit seid gegrüßt und willkommen zurück zu einem neuen Part Super Mario 3D World mit dem Slygen Fürst. Im letzten Part haben wir mit Toad, glaube ich, hier einiges gespielt. Ja, mit Toad. Heute spielen wir ein bisschen mit Peach, muss ich auch mal probieren. Wir waren noch nicht dran. Heute machen wir bei Welt 2A weiter und arbeiten uns in der Wüstenwelt voran. Auf geht's. Schauen wir mal ein bisschen was Peach so kann aus dem Weg hin Maxi Gumbass. Oha! Peach kann fliegen. Dann fliegen nicht, aber schweben. Kann so ein bisschen... Gitter ein bisschen... Mächteres Spiel. Ah, okay. Einmal auf den Kopf und einmal entgegen. So können wir die besiegen. Oh, jetzt bin ich klein. Dann kriegen wir das hin. Sehr schön. Oh, den grünen Stern. Oh, Baby Peach. Ein Baby nicht, aber noch winzig, klein und süß. Könnte fast Baby sein. Extra Stern. 39. Weg mit dir. Aber ins nächste Level. Okay, was ist denn da so Pink? Das passt ja zu Peach. Pinks Level. Fels 2-5 auf dem Doppelkirchen Berg. Doppelkirchen. Kommt mir bekannt vor. Und von der kenne ich die. Ach ja, da gab es ja einmal dieses Spiel hier mit den Mini Marius. Die gegen diesen Aufzieherroboter. Ich weiß nicht mehr, wer es hieß. Da gab es ein kostenloses Spiel. Und die auch so doppelten, wo du die doppelten, doppelte Marius spielen konntest. Ach du Schande. Welchen von denen steuere ich jetzt? Sie sind ein bisschen auseinander geraten. Ich komme durcheinander. Jetzt kommst du mal her hier. Sehr schön, jetzt sind wir wieder gemeinsam. Kommst du mit? Andere Peach. Interessant. Schon wirklich so eine Art Baby Peach zu sein. Machen sie sich eng ständig. Oh, hier haben wir den ersten Stern. Sehr schön. Gut, dass wir das hier durchgemacht haben. Oh, jetzt sind wir schon zu dritt. Jetzt müssen die anderen nur hochkommen irgendwie. Kommt hoch. Sehr schön. Jetzt müssen wir jetzt alle drei wirklich durchschleppen. Das ist ja wirklich. Das ist genial. So. Was haben wir denn hier mit euch? Ach du Schande. Was passiert denn hier? Was ist denn das für welche? Genau. Na komm, lass uns dich besiegen. Genau das nicht. Was ist das für welche? Ja. 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 Oh mir, jeder hier ist das angerichtet. Ja, da sind das hier hergezog τα frenchblaiele B samt. Aber manifestationanten habe ich keinen mehr zu finden. Weil wir einfach runterladen wollen wir das köper auf이엣. Ja. Stände müssen wir hier noch finden Ok, wir sind aber auch noch nicht so weit weit gekommen, egal was so ist So, meine Peach verloren Oh nein Da ist der erste Stern drüben Sekunde, da gab es noch was ganz uninteressant ganz uninteressant ganz zwei Peach Also dann da Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die und die besiegen und gemeinsam drauf zu gehen und gemeinsam drauf zu gehen und da brauche ich eine zweite Peach für verdammt ganz uninteressant ganz uninteressant sehr gut die roten Minzen aber was soll es willst du doch bestimmt einen roten Stern äh äh einen grünen Stern führen Na komm schon da treibst du und wie machen wir das? sehr schön so machen wir das so dann haben wir hier noch nicht gespeichert aber auf den Kopf auf na komm dann lassen wir uns nicht besiegen Feierbruder Feierbruder Feierbrow auch ein sehr guter YouTuber der Feierbrow Oh eine Röhre freigeschaltet wir können übrigens achso sind wir schon dann hätten wir auch Feier schießen können Oha ach du Scheiße hier gehts direkt schon zum aber wir haben hier noch einen Stern und vier Peaches müssen wir unterdrehen ach du Schande was hab ich denn jetzt hier gemacht ich will nicht nochmal in das Level rein müssen verdammt und die Goldöffnung kriegen wir da muss ich wohl da muss ich nochmal rein wir müssen nochmal rein bevor wir ans Schloss gehen wir hätten uns heute ziemlich lange hier auf einen Stempel mit einem Stern müssen wir noch finden oh man so ein doppelten Peaches wird mir hier langsam super zu viel zwei Peaches sind deutlich eine zu viel wenn wir es dort irgendwo der Stempel sagen Jo und ich denke ich sag uns doch hier hier gab es schon einen geheimen ein ein warum kiemen wir den nicht ich würd schon sagen das ist ja noch nicht immer versuchen hochzukommen Schlechter gesagt als getan, ja mit den 3 Dimensionen, 3 Dimension, da komme ich noch nicht mit ganz alles klar, so noch eine dritte, dann gibt es der Peach, kommst du mit, bestimmt gibt es den Stempel hierfür, wenn wir die Fratze hier besiegen, kann man das für gewinnen, na toll, ich will wieder den Bonus nicht dafür, das waren nicht 4 am Ende, müssen ja 4 am Ende sein, um das hier, das letzte Ding zu kriegen, jetzt sind wir zu dritt, kommt da mit, ähm, Leute, Leute, also das werden wir jetzt fertig, das ist nur wieder zu dritt, ähm, ähm, verdammt, wir schaffen es niemals zu viert, verdammt, verdammt, feuerbohr mit feuerbesiegt, Ok, wir können es zu viert schaffen, jetzt müssen wir hier durch die Röhre, aber wo ist der dritte, wo ist der letzte, wo ist der dritte Stern, dass wir euch besiegen, irgendwie, jetzt bin ich ja alleine hier, zu zweit, es gibt auf jeden Fall genügige Chancen, Wenn man das auch irgendwie retten kann. Oha! Das ist der Stempel? Immerhin. Na komm, lass uns gehen. Ich weiß sogar wo der Fehlerstern ist. Vermut es. Da bau man halt 4 Pinches für. Das müssen wir halt hier machen. Es ist zuviel drauf. Wenn wir hochgeschleudert. Das sind halt komm. Mit dieser Level hier. Diese Part. Vielleicht noch das Schloss. Kriegen wir Welt 2 heute beendet. Immerhin. Oh Feuer Peach. Was wenn wir das mit Mario gespielt hätten. Was ist denn da kommen? Ganz wichtig. Versuch mal die 4 Peaches voll zu kriegen. 2 Blumen Peach. 2 Blumen Peach. Hier haben wir noch. 3 Blumen Peach. 2 Blumen Peach. Mario wird sich wundern. Zu viele Prinzessinnen auf einmal. hat es gerade ganz schön gesagt ok hier gab es glaube ich nicht wahrer fit beach wir kriegen jetzt auch noch eine fünfte als backup aha das wird man den stempel leichter holen können besser haben wir schon jetzt zuviert überleben verdammt wie soll das gehen wenn ihr euch so verdammt da waren es noch drei da war es noch drei ich habe es noch einen ein haben sie nicht mit rumgeschleppt oder die kollegen haben noch einmal eine kirche dazu muss man die aber kriegen verdammt ich ständig aber auch an die abgelaufene joghurt nicht mal das hier es ist deprimierend ich will das aber ich jetzt noch zeigen ja 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 mit den vieren nein dafür habe ich jetzt das noch mal gemacht verdammt sogar ein paar auch in die länge ziehen ich weiß noch nicht nein ich kann ich kann ich kann So, die vierte Pietsch, wo uns noch der fünfte, zur Sicherheit, da sind viele Pietsch, kommt noch mal hoch, nein, die roten Münzen sind nicht so wichtig, dann kommt hier in der Kolonne, in der Kolonne bleiben, hinten dran, Pietsch Nummer 5, gebündelt, genau, gemeinsam mit dem Firepower, sind wir noch, 1, 2, 3, 4, 5, ja, sehr schön, kommen damit durch, und dann bleibt unten, und da ist der dritte Stern, wie ich es vermutet habe, so zack, sehr schön, wenn man das Level endlich zur Zufriedenheit zu Ende kriegt, zufriedenstellend, beendet, ab ins Schluss, Pietsch gegen Bowser, auch mal spannend, spannender Party heute, nicht, 42 Sterne, sehr schön, das Ende, wir haben auch noch in Welt 1, glaube ich nicht, vollständig, so, die gelbe W, Bowser ist cool wie die Kanone, müssen wir auch wieder Sterne finden, das kann ja was werden, und ein Stempel, und ein Bowser-Basin, 4, 5, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14,唐8, 8, 9, 12, 16, 14, 12, 15, 18, 13, 17, 15, 19, 19, 20, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 19, 19, 20, 19, 20,21, 19, 20, 20, Denk ich hier noch nicht. So, hier. Endlich mal die Ast einsammeln. Achja, hier gibt es nur noch. Hier gibt es nur noch Feuerblumen. Na komm. Da ist der Stern. Das ist eine Münze, die ich jetzt hier zurückgelaufen. Ich weiß nicht, ob wir den Stempel hier finden werden. Okay, da kann ich runter. Und da ist doch bestimmt was drin. Verdammt. Ja, verpasst. Das Level ist auch spannend. Wir haben bestimmt auch einen Stern in der Box dort verpasst. Da ist der Stempel. Hinauf. Nein, die haben den Stempel verpasst. Sind dann gestorben. Noch einmal von vorn. Okay, das war nichts. Ich brauch es nicht mal schön zu hören. Da könnte was drin sein. Was wir haben wollen. Verdammt. Da bin ich nicht mitgekommen. Und nicht vergessen hier. Verdammt. Da bin ich nicht mitgekommen. Da bin ich nicht mitgekommen. Wir spielen dann. Was auch mal das ist. Vogelähnlich sieht das aus. Wir müssen rot sein, bevor die Google-Wilis rauskommen. Das war mal getroffen. Und wir gehen ab. Ach, verdammt. Das Feuerding. Das Feuerding. Verloren. Gucken wir mal die wieder einsammeln. Gucken wir mal einsammeln, was wir noch einmal an diesem Tag hatten. Was so ist. So runter vom Gefährt. Die Kollegen ausschalten. Bevor sie uns ausschalten. Okay, nein. Hier war der erste Stern. Okay. Verdammt. Jetzt haben wir kein Feuer mehr. Jetzt haben wir kein Feuer mehr. Das ist mal Feuer. Sag ich doch, da ist ein Stern drin. So wichtig, auf die Kisten rauszuspringen. Jetzt kommen wir da jetzt hoch. Und eine Feuerblume. Wird das schwer. Mit einem Doppelsprung. Ja, gut. Den Stempel lassen wir erstmal liegen. Und eine Feuerblume. Und dann wartet Bowser gleich auf uns. Oha. So ein bisschen klettern. Und ein Stern erwartet uns noch. Oh man. Bumm Bumm. Hallo Bumm Bumm. Du hier der Endboss. Und jetzt zwei. Verdammt. Ja Bumm Bumm Bumm. Ja. Den kriegen wir doch besiegt. wir uns davon besiegen lassen von den kollegen in sichtbaren zustand darf der doch kein problem sein so einmal auf der schande ist kaputt es ist endgültig unsichtbar nein die sterben das war der boss hier sehr schön eine dritte stern und wichtig hauptsache wir schaffen es wie viel zu befreien so hier hier und peach an die flagge ein goldener viel oder geht ein goldener viel befreit ja welt 2 geschafft bonbon bezahlen 44 sterne ja einer fehlt noch ein hammer viel ist ja der hammer okay die läutet mit ihrem hammer hat die gerade mit ihrem hammer geläutet okay na dann hammer welt 2 completed heute in diesem part mein zeitgefühl sagt man auch schon dass wir den part wahrscheinlich schon überzogen haben wenn nicht egal ich würde es heute mal okay dann machen wir noch das noch mal warum auch nicht zum abschluss noch mal maximus besiegen genau so muss das button muss das enden hier genau so mit einem tragischen fail mit zwei tragischen fails na komm weg weg die scheiße so so dass ich nach oben so hat sich gefallen haben lassen oder neuer seit dem nächsten grad nicht verpassen wollt habt ihr noch einen angenehm flüssigen tag wir sehen uns im nächsten grad wieder bis dahin haut auf einmal ciao ciao